Mussolinis Kamin Ihr Kreuz schmerzt, wie so oft in den letzten Tagen. Sie trägt es tapfer. Wenn das Strampeln heftiger wird, wie jetzt gerade, legt Maxi die Hand auf den Bauch und alles wird ruhiger. »Massi, ist es noch ein bisschen tiefer?« bettelt Evi und stützt sich mit den Armen am Sinfs des Rauchfangs ab, schaut auf fein eingerahmte Fotos von Nazi-Verbrechern und anderen üblen Gesellen. »Ich muss mich jetzt irgendwie bewegen und den Mussolini tanzen.« »Den was?«, fragt Max und lässt die Hände sinken. »Gib mir das Tablet und schau, ob du eine Bluetooth-Verbindung zur Lautsprecheranlage findest.« Gesagt, getan, technisch alles kein Problem. Die Scheiben klirren in Adolfs Adlernest, als sie voll aufdrehen. »Antike Fotos fallen von den Wänden, knallharter Drum & Bass, Techno ballert bis zum Watzmann.« »Mit Frau und Kindern das alpine Dreigestirn des Königsigs, weiter zum großen Hundstod im Österreich und dem Gran Pilastro gen Italien, Rattenlinie Süd.« »Den Muckühen auf den Weiden unten im Tal wird die Milch im Euter sauer.« »Darf, deutsch-amerikanische Freundschaft, jene Punkband aus Düsseldorf,« »zu deren Bühne auftritt sich einst extreme Rechte und extreme Linke gegenseitig die Schädel einschlugen,« »den Adolf Hitler tanzen, den Mussolini, den Jesus Christus und den Kommunismus,« »als die Hüften schwenken, wie Max und Efi jetzt und hier.« »Abwärts geht's mit dem Führerfahrschuh tief in den Berg hinein. Mal sehen, ob sie stecken bleiben.« Vor dem Tunneleingang wartet Efis niegelnagelneue ID-Bars. Ihr Lava ist nicht schnell mit dem Mund. Doch wer es da anfasst, das gelingt. Sei es nun der 1961 gebaute Backverkaufswagen aus DDR-Produktion, den er von Grund auf überholt hat, oder das Umgebindehaus im Teichland mit seinen jahrhundertealten Stützbalken und der Backstube, das sie von Uromi erbte, der Gemüsegarten oder jene Kaffeemaschine, die vor der Polizeiakademie in Flammen aufging und seinen Rausschmiss beschleunigte. Wunderbar backen und kochen kann er, hat er sich abgeguckt auf seiner großen Reise im Winter. Türkische Sigara-Börek-Teigtaschen mit Käse und exotischen Früchten, dänische Blaubeermuffins und Limonen, Meringskuchen mit gezuckertem Eisschnee, polnischen Bigos mit vergorenen Sauerteig und Wurststückchen, indische Chicken-Biriane und Fladenbrot, das in der Cosmic Enlightenment Bar am Ozean wie ein Ballon im heißen Übelbad aufgeblasen wird. Sie war selbst dabei, doch zu beschäftigt, um die geheimnisvolle Zeremonie im Detail wahrzunehmen. Bloß heimischen Hirsch, den ihm ein reicher Chineser auf den Kanaren servierte, den mag ihr Lover nicht, aus gutem Grund, aber das ist eine andere Geschichte. Seit in ihrem Inneren neues Leben heranwächst, hat er ihr immer mehr abgenommen. Inzwischen gelingen ihm die Salzteigstücke für sorbische Vogelhochzeiten immer besser. Zimtsterne, Quarktaschen und ganz weichgebackene Brötchen, was eine Kunst ist, wie sie Ur-Umi beherrschte und Evi nur mit Mühe erlernte, nachdem sie aus Frankfurt-Ode abgehauen war, um dem Jugendknast zu entgehen. Brotlaibe, Knete der Mitte ins Brunst, genau wie ihren Nacken und die Lendenwirbel, so dass sie immer noch gerade gehen kann und nicht unbeholfen im Entengang wie andere werdende Mütter. Und um Max, der sich wohlfühlt in der Überlausitz, wäre Evi seit dem tragischen Tod der Ur-Umi abgehauen, in den goldenen Westen, wie die meisten Jungen im ärmsten Landkreis Deutschlands. Hier ist alles völlig überaltert und von bitterem Hass derer durchzogen, denen die Braunkohlenindustrie einst Arbeit gab. Sollte sie zurück in die hochverschuldete, bettelarme Oderstadt, die seit der Wende fast die Hälfte ihrer Einwohner verloren hat? Das Lichtspieltheater der Jugend, ein gigantischer Stalin-Palast, der mit tausenden von Fledermäusen dahinrottet, war ihr Abenteuerspielplatz. Bis zum 14. Lebensjahr, wenn das Jugendstrafrecht greift, wurde sie von den älteren Kumpels zum Klauen in die umliegenden Shoppingcenter geschickt, griff sich teure Kosmetik ab. Zum Dank genoss sie Anerkennung und durfte ein Kräckpfeifchen ziehen. Das ging so weiter in den nächsten Jahren. Als sich ihre Hartz-IV-Mama von einem Durchreisenden in die Zwillinge machen ließ, schob sie ganz brav den Doppelkinderwagen über die Oderbrücke, nach Slubice hin und zurück. Jeder Menge Drogen unter der Babymatte, geruchsneutralisiert, wenn sich Castro und Polks eingeschissen hatten. Sie war ein Star, drüben bei den polnischen und russischen Dealern, bis die Sache auflug und sie ihr Smartphone mit allen Kontaktdaten in den Fluss warf. Jugendarrest aufgeschoben, wenn sie ihre ach so kranke Oberlausitz-Uromi betreut, die kerngesund war bis an ihr Lebensende. Ausgerechnet in einen Polizeistudenten musste sich Max verlieben. Punktlandung, gleich beim ersten Mal, Braten in der Röhre. Quillte seitdem auf wie ein Hefekuchen. Sie war noch nirgends sonst, abgesehen vom Dresden im letzten Winter. Einen Abend im reichen Frankfurt am Main und einen Tag in Indien. Echt, nur einen Tag? Mit Max, der schon fast überall war. Spezialauftrag von Gwastek und Morgenstern. Auf den Kanaren, in der Türkei, in Dänemark, Warschau, bei den Adoptiv-Eller in Bremen, Schottland, Frankreich und natürlich Afghanistan. Was ihm immer noch in dem Kopf pfeift, nachts schweißgebadet aufwachen lässt. Panikattacken, in denen sie ihn ganz fest an sich drücken. Der Spezialauftrag ist ihre Chance. Die wird sie nutzen, trotz dicken Bauch. Ist doch wunderschön hier in Bayern. Total viele junge Leute, alle haben Arbeit, die Häuser sind schmuck herausgeputzt. Die Landschaft ist wunderschön. Keine Industrieruinen. Eingefallene Bahnhöfe und verlassene LPG-Schweinestelle, die sie depressiv machen. Sie weiß gar nicht, was Max und Gwastek rumzumeckern haben. Der Typ bei der Seilbahn war einer von Maxens durchgeknallten Bundeswehrkameraden. Genauso fertig wie die Kumpels von Evi, mittlerweile allesamt Drogenwracks, Kriegsinvaliden halt. Der Morgenstern hat nur gesagt, was ist. Echtes Kampfgeschehen in Jugoslawien, Iran, Irak und so weiter. Im Osten, die Kampfpiloten der DDR, die spielten nur Krieg. Flogen vom Militärflughafen Rotenburg-Oberlauses mit doppelter Überschallgeschwindigkeit nordwärts und wendeten nur Minuten später über der Ostsee. 1990 war Schluss. Aus Offizierskasernen wurden Internate für schwer erziehbare. Die veranstalteten Rallys auf der Landebahn, ohne Führerschein, machten Lagerfeuerpartys. Die letzten Mick-Düsenjäger fristen als Museumsstücke Gnadenbrot. Auch die schwere Schneefräse D902 aus Minsk. Auf einen Ural 375 montiert, angetrieben vom Zwölfzylinder Panzermotor, laut Mexiens Autoquartett 38 Liter Hubraum. Die schaufelte ungeheure Schneemaßen vom Rollfeld weg. Völlig nutzlos das Teil. Schwitzt in der Gluthitze des Sommers dicke Öllachen, rostet vor sich hin. Höchstens landet in Rothenburg-Auberlausitzmale ein ausgedienter Airbus, aber nur zum Verschrotten. Grabesstille. Ringsrum wuchert Weidegrund, durchsetzt mit Ackerblumen. Auf den Feldern stehen Korn- und Maisenblüte. Mit lustigen Stroh- und Kürbispuppen laden Pensionen zur Übernachtung ein. Alte Obstbäume säuben die allehen. Ab und zu halten Radtouristen, pflücken sich ein Apfel oder eine Birne. Schauen Karpfen, Hecht, Zander und Wälz zu, wie sie in den Teichen zum Mückenschnappen an die Oberfläche kommen. Scharf beobachtet von Kranich, Rohrdommel und Seeadler. Wölfe gibt es nebenan in den Wäldern des Truppenübungsplatzes, den jetzt die Bundeswehr nutzt. Rothirsche und Wildschweine auch. Es ist rumpskräftig, wenn Übungsgranaten verschossen werden. Alles nur Spiel. Den Ernst gibt es woanders. 4.000 Kilometer Luftlinie nach Kondis in Afghanistan. Mexien hat gelegentliche Ausfälle mitgebracht. Nicht der Rede wert, meinten sie beim Einstellungstest und ließen ihn Polizeistudent werden. 4.100 Kilometer sind es nach Timbuktu in der Sahara. Da war er im Winter als Kurzzeitpraktikant. Ziemlich viel schiefgegangen auf seiner großen Reise. Hat ihn das Studium gekostet. 4.001 Kilometer vom Ende der Startbahn zu Walddorf, wo Pferde und Bisons grasen, wo Cowboys und Indianer im wilden Osten hausen. Wo zwischen weitausladenden Bäumen ein Hutzlhäuschen mit Backstube steht. Wo Ur-Omi rumfuhr, werkte und jetzt ein ehemaliger Polizeistudent aus dem Westen im Schweiße seines Angesichts kleine und große Brötchen backt. Im Backwagen vor der Polizeikommission Rotenburg-Obelhauses werden sie verkauft. Na, Kollege, auch schon schwanger? Mit solchen sprüchenden Hänseln ihnen jetzt Kommissarsanwärter, die in den kantigen Zweckbauten über ihren Semesterarbeiten brüten und den gehobenen Vollzugsdienst anstreben. Okay, Mexin hat Bauch zugelegt während ihrer Schwangerschaft, die Mobbing-Sprüche in sich reingefressen, Kiefermuskeln angespannt und hörbar mit den Zähnen geknirscht. Töten könnte er, meinte er zu ihr, wenn ich das erste Mal bei der KSK saß der Finger locker am Abzug, auch zum Selbstschutz. Und manchmal hat er abgedrückt. Besser, sie steht vorne am Verkaufstresen. Gestern Morgen beobachtete das Bäcker-Miller einen knallgelben Campingbus, der fast lautlos vorfuhr. Sobald sich die Fahrertür öffnete, verschwand das eckige Ländgrad wie von Geisterhand im Armaturenbrett, machte Platz für den Bauch eines fülligen Herrn, der dem Gefährt schwungvoll entstieg, platzierte seine Visitenkarte auf den Tresen, tiefdruckend Gold auf dicken Edelkarton. Huch! Vor Schreck bekamen sie einen Schluck auf. Das Zappel im Bauch strampelte. Sanft strich sie über ihre Dineron-Kittelschürze. Das vielleicht ein Erdbeer-Vanilleteilchen seien ganz frisch gerade im Angebot, ihr Standardspruch. Magister Jura Sorköck, Javus Morgensstern, Magister der Jurisprudenz Sozial- und Ökonom-Wissenschaften aus Wien, Schirmherr des remunierten Gersby-Gesundheitsbildungs-Service. Derweil ruht ad infinitum meine Leitungsfunktion bei der Europäischen Zentralbank. Gestattens, meine Dame. Den völligen Österreicher Ende 60 und einer absolute Frohnatur kannte Efi vom Planeten fest. Im letzten Winter erzog einen Pelikan-Federhalter aus seinem Sommerjakett und zwei Verträge, einen für Max und einen für Efi. Intensivlehrgang für Bundeswehr-Veteranen sowie Arbeitslose und Sozialhilfeempfänger. Dauert sieben Wochen. Kursbeginn am nächsten Tag. Erbiet'sche, gnädige Frau. Entscheiden sich. Ad hoc. Stante Pede, wie man so schön sagt. Pressiert ein wenig. Efi griff zu, bevor sie ins Nachdenken kam. Binnen hundertstel Sekunden. Und er schrieb für ihren Lover gleich mit, dessen kragliches Siné kannte sie zur Genüge. Morgenstein raffte die Papiere zusammen, murmelte etwas von »Morgen nach Mittag auf dem Kildstein erkehrt der gute Svarek das Klein-Klein« und entschwand mit seinem Elektromobil ebenso lautlos, wie er gekommen war. Ach ja, zwei Freikarten überließ er ihr noch. Bergseilbahn und Naturheilmassage plus Bahntickets. Dann war Eilang gesagt, um über Nacht durch halb Deutschland zu tuckern, morgens um sieben im tiefsten Bayernland anzukommen. Goldener Westen.